Mit digitaler Jugendarbeit wird im Allgemeinen Jugendarbeit mit Medien bezeichnet und das hat ganz verschiedene Bedeutungen. Das heißt, es wird in ganz verschiedenen Bedeutungen, wird der gleiche Begriff gebraucht. Das geht hin bis zu ausschließlich online durchgeführter Jugendarbeit. Ich finde generell den Begriff Jugendarbeit in der Digitalität viel treffender, weil digital ein recht schwammiger Begriff ist und es im Grunde darum geht, Kinder und Jugendliche in ihrem Aufwachsen in der Digitalität angemessen zu begleiten. Und wenn wir jetzt hier von digitaler Jugendarbeit sprechen, dann ist mir auch wichtig zu betonen, dass das Ganze keinen Selbstzweck hat. Das heißt, die Arbeit mit Medien machen wir nicht einfach so, weil es schick ist oder weil man es gerade so macht, sondern es geht darum, Jugendliche angemessen zu begleiten. Das heißt, einfach gute Jugendarbeit zu machen und das geht meiner Meinung nach heute nur, indem man auch mit Medien arbeitet.